Der Markenrebell-FM-Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspirationen, Anregungen und Impulse für Macher, Querdenker und Unternehmer. Zum Thema digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist Norman von Markenrebell-FM. Ich freue mich ganz besonders, denn mein Interview-Gast heute ist der Podcast-Kollege Gunnar Schuster. Gunnar, schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit. Bist du ready und hast du Bock? Ja, natürlich. Gunnar, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, bist du Herausgeber des Unlearning-Podcasts und in deinem Podcast interviewst du erfolgreiche Unternehmer. Gunnar, du hast bei Null angefangen und in nur 90 Tagen über 110.000 Downloads erreicht. Also Gratulation an dieser Stelle nochmal. Danke dir. Als Podcast-Kollege weiß ich, wie schwer das ist. Danke dir. Und wir haben ja eingangs schon gesprochen, welche heißen Tipps du für mich hast. Also großartig. Gunnar, ich wollte heute mit dir über das Thema die Bedeutung der Marke für erfolgreiche Unternehmer sprechen. Doch bevor es losgeht, erzähl uns doch vielleicht ein bisschen mehr über dich als Privatperson. Wer ist der Gunnar Privat und was genau dein Business ist? Okay. Also ich helfe Unternehmen dabei oder Personen dabei, ihr Unternehmen online fit zu machen. Das heißt also, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, okay, ich möchte gerne ein Sales-Funnel aufbauen im Bereich Online-Marketing, dann helfe ich dir dabei. Den Podcast, den wir sprichst, den habe ich gestartet. Also das ist auch ein Teil des Business geworden, witzigerweise, aufgrund des Erfolgs, den der Podcast hat. Und ja, den habe ich, wie ich dir schon eingangs gesagt habe, einfach aus einer Leidenschaft gestartet. Also das eher als Hobby gestartet. Und weil ich anderen Menschen das geben wollte, was ich damals, als ich angestellt war, noch gesucht habe. Also insbesondere wollte ich halt genau das, mich mit erfolgreichen Unternehmern umgeben, da ich in verschiedenen Büchern immer gelesen hatte, du musst dich mit Leuten umgeben, die schon dort sehen, wo du hin willst oder die das richtige Mindset haben. Und das war halt so der Grund, das Ganze zu starten dann auch. Und natürlich einfach, weil es Spaß macht, mit interessanten Menschen zu sprechen und mich mit denen zu vernetzen und so weiter. Ja, und genau, also was ich halt mache, das ist nochmal ganz kurz zusammengefasst, das Online-Marketing und, genau, und Podcasten. Sehr cool. Und der Podcast ist richtig cool. Ich bin, glaube ich, heute noch dabei, alle Folgen zu hören. Aber ich glaube, über zwei Drittel habe ich schon. Sehr gut, sehr gut. Da kommen noch ein paar ganz interessante Folgen, auf jeden Fall. Also ich kann nicht sagen, dass irgendeine Folge, vielleicht ist die eine oder andere, vielleicht ein bisschen weiter weg von einem selbst. Aber grundsätzlich die Learnings, so wie du das herausarbeitest, also großartig. Gunnar, gibt es in deinem Leben so ein Erfolgszitat, so ein Mantra, dem du folgst oder was dich schon irgendwie seit Längerem begleitet, nachdem du arbeitest, lebst? Es gibt zwei, das ist jetzt kein Erfolgszitat, das sind zwei Zitate, die mich mein Leben lang schon begleiten. Und das einmal ist von Mark Twain, das heißt, in 20 Jahren wirst du nicht das bereuen, was du getan hast, sondern das, was du nicht getan hast. So, setze die Segel, verlasse den sicheren Hafen. Sehr cool. Und das andere ist von Ralph Waldo Emerson und Always do what you're afraid to do. Und das sind die zwei Sachen, die, also das ist so eine Art Mantra für mich, weil das ist, wenn wir jetzt ein Video hätten oder wenn du jetzt hier wärst, könntest du direkt auch in mein Telefon reinschauen, dann habe ich also sozusagen so einen Hintergrund, wo das Always do what you're afraid to do auch drinsteht. Also das ist, ja. Ja, also dich immer selbst damit konfrontieren, klar. Ja, die Komfortzone ständig verlassen, das ist das, was ganz, ganz wichtig ist, denn wir sind einfach viel zu lange und wir halten uns einfach viel zu gerne in der Komfortzone auf. Und das eigentliche oder das Wachstum an sich findet außerhalb der Komfortzone statt. Und das ist das auch, wo die Magie dann passiert und wo tolle Dinge entstehen, wo dann so eine Sachen wie Tesla entstehen. Das passiert nicht in der Komfortzone. Ja, ich glaube auch, dass es dieses, wir hatten es auch eingangs gesagt vorhin, wirklich spannende Leute kennenzulernen. Und das bedeutet ja auch, du musst dich einfach bewegen, nämlich auf die anderen zu. Und damit verlässt du ja im Grunde die Komfortzone auch. Ja, natürlich. Das kann auch eine ganz große Überwindung sein, jemanden anzusprechen. Insbesondere, du hast es ja auch erzählt, wenn man jetzt jemanden wie einen CEO anspricht, das ist ein Riesenschritt. Und wenn man dann beispielsweise irgendwelche selbstlementierenden Glaubenssätze hat, dass beispielsweise diese Person wird eh nicht mit mir reden oder sowas, dann wird das schwierig werden. Und ja, das ist aber, du kennst es ja als Unternehmer auch, dass Persönlichkeitsentwicklung ein großer Baustein ist. Also in meinem Umfeld, alle Unternehmer beschäftigen sich damit und wollen halt sich entwickeln. Ja, Stillstand ist das Aus. Also das war es dann, oder? Ja, genau. Und das ist ja wie in der Natur. Ein Baum, der nicht mehr wächst, stirbt einfach. Und das ist genauso bei den Menschen auch. Also das ist, na gut, wir sterben jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht wachsen. Trotzdem ist dieser Stillstand, ja doch, wir sterben schon. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, bauen sich die Zellen zurück und so weiter. Das sieht man am besten, wenn man ins Fitnessstudio geht und dann mal ein halbes Jahr nicht. Oder regelmäßig Bücher liest und dann nehmt es ja nicht. Das ist schon ein Riesenunterschied dann. Das ist vielleicht nicht der abrupte Tod, aber es ist eine Rückbildung. Genau. Also auch vom Mindset her, absolut, bin ich wirklich bei dir. Gunnar, gibt es in deinem Leben vielleicht eine Geschichte oder einen Moment, an dem du es so richtig schwer hattest? Und was waren so deine Erkenntnisse daraus? Was waren deine Learnings? Also schwer war, genau. Also ich Angestellter war. Also das ist eine große Sache, die ich jetzt anderen auch, also anderen Unternehmern auch beibringe beziehungsweise wenn ich mit Unternehmern Kollegen mich austausche, denen das beibringen möchte oder dass die das verstehen oder auch dafür in ein Unternehmen gehe, ist Werte. Werte ist ein ganz großes Thema und als ich Angestellter war, war das so, dass meine Werte mit den Unternehmenswerten nicht übereingestimmt haben. Und die in dem Unternehmen, die haben das halt einfach nicht gecheckt. Und ich wusste es zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Und das ist ein großer Punkt, den viele unterschätzen, die Werte der Personen zu kennen. Denn oftmals ist es ja so, dass in Unternehmen von der Führungsetage Werte festgelegt werden für das Unternehmen, Vision, Mission und so weiter. Und dann wird es nach unten durchgebrochen oder unten durchgereicht und alle sollen sich danach richten. Die Sache ist hierbei, dass viele, also die Leute in dem Unternehmen einfach keine, also nicht die gleichen Werte unbedingt haben. Und daher ist es so wichtig, dass das Unternehmen oder die Führungskräfte dann auch die Werte, die Mission und Vision entsprechende Werte an den Werten der Personen ausrichtet. Also das dann in den Eingang bringt und umgedreht. Dass die Leute es verstehen, was die Mission und Vision ist. Und natürlich auch bei der Einstellung von Leuten herausfindet, was für Werte diese haben, ob die ins Unternehmen passen. Oftmals wird ja heutzutage nur nach dem Lebenslauf geschaut, was vollkommen nach Schwachsinn ist, finde ich. Also das ist meiner Meinung nach, sagt das gar nichts aus. Und bei mir war das so. Also ich war halt im Unternehmen, war halt super unglücklich und war unproduktiv und so weiter dann sofort, weil das einfach überhaupt nicht mit dem übereingestimmt hat, was ich im Leben wollte. Und bei mir war das so, dieser große Punkt Schwierigkeit. Ich hatte damals nicht das Selbstvertrauen, zu sagen, ich gehe den Schritt und mache mich selbstständig. Und das hat sich dann, nachdem ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, also mit Persönlichkeitsentwicklung, hat sich das geändert und eine kurze Zeit später bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Also das war so ein Punkt, wo, was mich sehr, sehr beeinflusst hat, insbesondere da ja auch über 80 Prozent der Deutschen nicht mit ihrem Job zufrieden sind, also war ich einer davon. Und ja, das war schon, ist nicht so cool, sagen wir es mal so. Gab es so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, und das war mein Game Changer? Also gab es irgendwie einen Moment oder eine Situation, in der du warst, wo du gesagt hast, jetzt muss ich hier aufhören, jetzt muss ich hier raus und ich muss mein eigenes Ding machen? Ja, der Aha-Moment war, als ich kreative Ideen anbringen wollte und mir dann gesagt wurde, ja, erstens, das haben wir schon immer so gemacht, das ist so wie so ein, wie als würde mir jemand so einen Schlag in die Magengrube geben, verstehe ich nicht sowas. Und das andere war, ja, wenn du herkommst, gibst du vorne dein Gehirn ab, also hier beim Eingang und machst dann einfach nur dein Zeug. Und das war so dieser Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr. Und danach habe ich dann entschieden, dass sich das ändert. Und dann habe ich dann halt überlegt, was ich machen möchte und habe das alles durchgezogen. Und jetzt, ich will nochmal ganz kurz ausholen, wie ich zum Online-Marketing gekommen bin, das war ganz witzig. Und zwar, ich war als Berater dann in Kolumbien, habe halt für das Entwicklungsministerium in Kolumbien gearbeitet und jedenfalls war ich dann, bin dann da rumgereist, habe Leute kennengelernt und als ich zurückgeflogen bin, war ich in, also ich war in Medellin war ich und da war ich am Flughafen, bin durch die Sicherheitskontrolle durch und dann war es so, dass dann, es kam ein Soldat auf mich zu, meinte so, kann ich mal Ihren Reisepass sehen? Da bin ich so, also innerlich gedacht so, nein, möchte ich nicht geben. Und dann äußere ich natürlich, na klar, hier haben Sie meinen Reisepass und dann habe ich den Reisepass hingegeben und da hat er halt geschaut und ich bin vorhin nach Kipdo geflogen, das ist eine sehr arme Region in Kolumbien. Und also das, mitten im Dschungel, wenn du mit dem Flugzeug da ankommst, also das waren viele Wellblechhütten, wo ich drüber geflogen bin. Und ich habe halt einen Freund besucht und das Ticket war noch drin. Und Kipdo, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, ist Drogenumschlagplatz Nummer 1, glaube ich, aus Kolumbien Richtung Nordamerika, auf dem Seeweg. Das wusste ich nicht und dann habe ich gesagt, kommen Sie mal bitte mit. Ich so, ja, okay. Dann hat er mich da mitgenommen und dann bin ich in den Raum reingeführt worden, wo, weiß nicht, 20, 30 andere Männer drin waren und dann an so einem Tisch, da waren noch mehr Soldaten und dann meinte so einer von denen zu mir, bitte. Und dann schreiben Sie das jetzt. Und ich so, was ist, wenn ich das nicht mache? Und dann meinte er so, dann gehen Sie direkt ins Gefängnis. Und ich so, okay, dann schreibe ich das mal. Und dann, ja, dann habe ich mich da eingereiht in die Menge der Männer, die da drin waren und gewartet. Und es ging ja einfach nur um Drogenscannen, also einfach nur in Anführungszeichen, Drogenscannen. Da wurden wir halt durch so ein Röntgenapparat geschickt und nach Drogen gescannt. Und das kannte ich vorher nicht so. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich bin relativ oder sehr, sehr viel gereist oder ich reise sehr viel. Und da habe ich mich neben einen gesetzt und er hieß Paul. Mit Paul habe ich angefangen zu unterhalten, mich zu unterhalten. Und der ist Engländer. Und dann habe ich dann einfach zu ihm gesagt, ey, du machst doch bestimmt Online-Marketing. Und er guckt mich ganz verdattert an und meinte dann so auf einmal, stimmt. Wer weiß denn du das? Ich so, ja. Und da haben wir uns dann einfach angefangen zu unterhalten. Und dann hat er erzählt, dass er Affiliate ist oder Super-Affiliate ist. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich das gar nicht, was das heißt. Und er hat gesagt, er verdient halt mehrere Millionen im Jahr mit Affiliate-Marketing. Hat dann über so eine, ich nenne sie jetzt mal Heimwerker-Seite, aber das ist ein Riesenportal gewesen und hat gesagt, er wohnt halt in Dubai, in Miami und reist halt durch die Welt. Und das war es dann. So war der Einstieg. Und dann sind wir zurückgeflogen mit dem gleichen Flieger. Ich habe ihn dann gefragt. Wir haben uns gut verstanden. Er hat mir Tipps gegeben. Und das war dann der Einstieg zum Online-Marketing für mich. Also das war, hat mich so fasziniert, die Idee dahinter. Und das war es dann, genau. Sehr coole Story. Ich kann mir das gut vorstellen. Du in der Reihe dieser Männer beim Scan. Das ist ja echt. Das war extrem strange auf jeden Fall. Hast du noch Kontakt zu Paul? Nee, das war, das zu Paul war das, das war, weiß nicht, wie so, als hätte das Schicksal mir einfach gesagt, jetzt okay, das Leben, was du vorher hattest. Also sagen wir es mal so, dass, als ich Unternehmensberater wurde, das war jetzt, das war der erste Schritt, um was anderes zu machen. Und der zweite Schritt war dann halt, dann das zu machen. Also ich war vor dem Unternehmensberater noch woanders. Und das war sozusagen das, wo ich weg wollte. Ja, also weg von Motivation hin zu Freiheit. Was ja viele Unternehmer als einen großen Wert haben. Ja, und wenn du dich gedanklich darauf einstimmst, dann begegnet dir halt Paul. Das ist klar. Ja. Genau. In Kolumbien. Sehr schöne Story. Wie definierst du denn für dich den Begriff Digitalisierung? Man hört ja immer wieder, das wird ja die Presse hoch und runter gejagt, das Thema. Oder auch dieser Begriff, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Es wird sich alles verändern, alles wird digitaler, automatisierter. Was bedeutet das für dich in dieser Zeit zu leben? Was für mich in dieser Zeit zu leben bedeutet, ist eine gute Frage. Und ich finde es sehr gut, weil jetzt die Möglichkeiten enorm sind für alle, einfach ihren Traum zu verfolgen. Also du hast halt eine Riesenmöglichkeit. Und ein Vorbild, was ich habe, ist beispielsweise Gary Vaynerchuk und den kennst du vermutlich auch. Und der hat sich am besten vorgelebt, was möglich ist. Der hat ja mit Videos angefangen zu seinem Weinshop und hat daraus eine Riesenmarkenagentur gebastelt sozusagen. Die ist daraus entstanden, also mehr oder weniger. Und das sind alle Möglichkeiten da. Insbesondere du kannst ja mit Nischenseiten, wenn du eine richtige Analyse und so weiter machst, dann kannst du damit auch ein super Nebeneinkommen oder auch ein Haupteinkommen generieren. Und das ist in Deutschland insbesondere noch voll in den Kinderschuhen alles. Und wenn du in den USA bist, hat jede zweite Hausfrau eine Nischenseite, womit die Geld verdient. Und hier Digitalisierung, nochmal auf den Begriff zurückzukommen, ist toll. Also ich finde es sehr, sehr cool. Insbesondere, was ich schon gesagt habe, was die Möglichkeiten für die Leute sind, für die Menschen da draußen. Wenn sie sich bewusst werden, was für Möglichkeiten da sind und weg von beispielsweise nur Social Media, also über das Telefon chatten oder Updates posten oder Pokémon Go oder sowas. Was ja auch cool ist. Also ich meine, das ist ja cool. Wenn man das alles bewusst nutzt, ja. Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, Nischenseiten. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen für unsere Zuhörer? Gerne. Was das genau ist? Nischenseiten sind einfach, es gibt verschiedene, also zwischen verschiedenen Themen gibt es Suchvolumen im Internet. Und da gibt es ab bestimmten Größen wird es dann als Nische einfach bezeichnet, weil einfach nicht so viele Menschen danach suchen. Und Nischenseiten können irgendwelche Themen sein wie Stricken beispielsweise, obwohl es jetzt auch schon wieder eine größere Nische ist. Und da kann, wenn jetzt egal was man, also jeder von uns hat ja Fähigkeiten, jeder. Jeder von uns hat Stärken, jeder von uns hat Dinge, die besser als andere. Und diese Dinge kann man alle nutzen, um die in die Welt hinauszutragen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das kann man natürlich dann auch monetarisieren und damit Geld verdienen. Und das ist letztlich, was man mit Nischenseiten macht, ist die Konkurrenz sehr gering. Das heißt, es ist ein relativ geringer Aufwand, um in kurzer Zeit damit Geld zu verdienen oder sich eine Marke aufzubauen oder sich zu positionieren. Und so würde ich jetzt Nischenseiten, also für einen Laien definieren einfach mal. Und ja, du kannst, also geringer Wettbewerb letztlich. Du hast mir jetzt gerade das Stichwort schon gegeben, Marke. Wie wichtig ist für dich das Thema Branding, Markenaufbau? Ja, sehr wichtig. Machst du ja selber. Ja, das ist richtig. Also das ist, genau, das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Also in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Also vielleicht vor ein paar Jahren war das noch ganz, ganz gut oder ging es noch sehr, sehr einfach. Insbesondere für Unternehmen auch, dass auch ohne Markenbildung, da war man einfach da, hat einfach nur Werbebudget reingepumpt. Und das ging dann. Und jetzt ist es irgendwie so, das geht einfach nicht mehr. Also insbesondere jetzt, wie du schon gesagt hast, Digitalisierung und in sozialen Medien. Einfach dadurch, dass das alles vorhanden ist, kann man sich das gar nicht erlauben, ohne eine richtige Marke an den Start zu gehen. Oder ohne eine Marke aufzubauen, ist meine Meinung. Ja, ich meine, wenn wir zehn Jahre zurückdrehen und über klassisches Marketing sprechen, also jetzt nicht Online-Marketing, sondern Marketing sprechen, dann ist es ja genau so gewesen, wie du gerade gesagt hast. Also der Konzern investiert eine halbe Million für gut aussehen und eine weitere halbe Million dafür, dass das irgendwie in Form von Anzeigen und TV-Werbung investiert wird. Da hat sich ja in Sachen Online-Marketing so einiges geändert, weil es ja messbar geworden ist. Ja. Wie hast du diese Veränderung so miterlebt? Also kennst du noch dieses klassische Marketing oder bist du direkt reingewachsen in diese Online-Marketing-Strategien und Methoden? Das klassische Marketing, gut, das habe ich als Kind mitbekommen. Sagen wir es mal so. Print-Anzeigen, ja. Ja, genau, also sowas, das ist als irgendwie der Kelchesam hier vorbeigegangen, also ehrlich gesagt. Also es gibt ja immer noch genügend Unternehmen, die Werbung machen und also Werbung schalten und das einfach im Gießkannenprinzip, irgendwas wird schon funktionieren und das ist meiner Meinung nach total falsch. Also das funktioniert nicht mehr. Also durch Digital Literacy der Menschen, also dass sie damit immer affiner werden und immer besser umgehen können mit den ganzen Sachen, das geht einfach gar nicht. Also das ist genauso wie beispielsweise, obwohl das ist jetzt von Facebook, bei Facebook gibt es ja Retargeting. Das heißt ja, dass du, wenn du jetzt beispielsweise auf eine Webseite gehst, kriegst du ein Pixel oder ein Cookie gesetzt und dann, wenn du irgendwo hingehst, dann wird dir nochmal eine Werbeanzeige ausgespielt. Und das, was mir jetzt auffällt in letzter Zeit, ist immer vollkommen dumm, machen Unternehmen, beispielsweise Amazon, obwohl das eigentlich das Unternehmen schlechthin ist für Kundenfreundlichkeit und so weiter und so fort haben wir eine Werbeanzeige ausgespielt, dass du doch diese Kamera kaufst. Das ist so wie damals, dass du immer die gleiche Werbung gesehen hast, obwohl du gar nicht die Zielgruppe bist. Du hast es halt schon gut angesprochen, durch die ganzen Daten, die wir jetzt haben, ist es halt viel, viel einfacher geworden, auch gezielt Werbung auszusteuern. Genau und vor allen Dingen den Erfolg als messbar abzubilden. Das ist ja im Grunde das, was die klassischen Vermarktungskanäle der alten Welt ja nicht so wirklich abbilden können. Das ist ja dann nur noch ein Abschätzen. Meine Plakatkampagne hat jetzt was gebracht. Was mir immer wieder auffällt in meinen Gesprächen, vor allen Dingen mit kleinen mittelständischen Unternehmen, ist so dieses Thema, wenn ich zum Beispiel jetzt nur einen regionalen Bezug habe, also dass ich muss jetzt nicht deutschlandweit agieren, sondern ich kann regional agieren, dann ist ja oft in den Köpfen drin, wozu muss ich bei Google gefunden werden? Die Leute wissen doch, dass ich hier vor Ort bin. Hast du vielleicht so ein paar Tipps für kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, ich will mir eine Marke aufbauen, ich will mich vermarkten, aber die nicht wissen, wie sie das digital machen können oder wie wichtig das eigentlich ist? Okay, ja, gute Frage und es kommt darauf an, kann ich einfach mal sagen. Also hier ist meiner Meinung nach die Strategie auch extrem wichtig, einfach, dass das Unternehmen schon mal weiß, wohin die gehen wollen. Also grundsätzlich zum ersten Punkt ist es extrem wichtig, finde ich. das Ganze, dass man überhaupt gefunden wird, auch wenn jetzt viele sagen, nee, das ist mir nicht wichtig, ich habe jetzt voll viele Kunden und ich brauche das nicht. Einfach, weil wir haben Bestandskunden und noch mehr Arbeit, das geht nicht. Es geht nicht um noch mehr Arbeit, es geht einfach um die Zeit, die dahinter steht, meiner Meinung nach, weil einfach erstens der erste Punkt ist heutzutage, wer gefunden wird, wird als Experte wahrgenommen, ganz einfach. Also wenn jetzt beispielsweise ein Handwerksbetrieb oder Malerbetrieb gefunden wird auf Platz 1 in der Region, da wird dieser auch als Experte oder als der Experte im Bereich Maler ja, Arbeiten wahrgenommen und andere halt nicht. Also die meisten, also insbesondere in der jüngeren Generation, die suchen nach den Dingen, die sie brauchen. Also wenn ich jetzt einen Umzugservice brauche, gucke ich im Internet Umzugservice und dann gucken sich dann die ganzen Leute dann die Rezensionen und so weiter an und das ist ja halt entscheidend für die Leute dann auch, um gebucht zu werden. Vielleicht mögen die jetzt noch Kunden haben, wie sieht es in 10 oder 15, 20 Jahren dann aus? Wenn dann die Älteren sozusagen weg sind, also in Anführungszeichen weg sind und die Jüngeren, die jetzt damit aufwachsen mit diesen ganzen digitalen Medien, dann nur noch so agieren. Also die buchen dann ihr oder kaufen ihr Essen online ein, die machen das alles online oder einen Großteil davon, sagen wir es mal so. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung ist einfach ein Thema, egal ob ich regional gefunden werden möchte oder überregional. Ich würde es anders angehen. Also ja, es ist ein Thema, es ist ein Thema, ich würde es anders angehen und zwar, was du schon gesagt hast, eine Marke aufbauen. Und dadurch ist es einfacher mit der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt insbesondere auch, das ist ein kleiner Tipp, Google liebt Marken. Das heißt also, wenn du eine Marke hast und diese Marke dann etablierst, wirst du auch von Google bevorzugt. Das andere ist, für kleine Unternehmen ist es genial, Facebook zu nutzen. Genial. Also jetzt nicht, das machen viele, die keine Ahnung haben, ist einfach posten, irgendwelche Updates oder sowas, das ist gut. Und die andere Sache, die sehr genial ist, ist über Facebook Werbung machen, weil du dort die Zielgruppe so genau auswählen kannst, dass du beispielsweise, wenn du jetzt Matratzen verkaufst oder Maler arbeiten, bleiben wir beim Maler, kann man direkt dann über Facebook die Leute in der Region targetieren und mit coolen Anzeigen dann bespielen, dass die dann auf dich aufmerksam werden. Insbesondere für Restaurants ist es auch eine geile Möglichkeit, das zu nutzen. Und das wissen viele einfach nicht. Die posten dann halt Fotos von ihrem, vielleicht von einem Essen oder sowas und stellen es auf ihre Fanpage. Das ist alles schön und gut. und wird aber nicht die Besucher bringen, die sie wollen. Ja. Jetzt hast du schon einen schönen Mix zusammengestellt. Ist für dich, oder gibt es so ein Ranking, was du vielleicht für dich vornimmst? Facebook, Twitter, Google Plus? Oder ist das je nach... Google Plus? Genau. Ah, es gibt ja ein paar sehr leidenschaftliche Nutzer. Echt jetzt? Gibt es das noch? Ja. Keine Relevanz wahrscheinlich. Also das Ranking... Also bist du so auf Facebook eingeschossen oder sagst du, das kommt halt einfach drauf an, was dir an Netzwerken liegt oder wo vielleicht schon die Zielgruppe unterwegs ist wahrscheinlich auch, ne? Also die Zielgruppe ist überall unterwegs, glaube ich. Also das ist jetzt nicht überall. Es geht halt darum, erstens, wo... Wenn wir jetzt bei irgendeinem Unternehmen sind, welchen Bereich ist dieses Unternehmen? Das ist das Erste, was ich mir fragen würde. Die Strategie ist... Erstens, das Zweite wäre halt die Strategie rausfinden, wie das Unternehmen vorgehen sollte. Weil einfach nur mal auf allen Netzwerken präsent zu sein, finde ich nicht zielführend. Und das Andere ist... Gut, mein Ranking hilft ja den anderen Unternehmen nicht weiter. Das ist jetzt für... Also ich finde, Facebook ist super, um jetzt targetiert die Zielgruppe einzusprechen mit Werbung. YouTube ist genial. Also YouTube ist zur Markenbildung super, ein super Tool. Und SEO, das kommt... Ja, also ich würde mich persönlich... Also wenn ich jetzt starten würde als Unternehmen, würde ich mich auf Markenbildung konzentrieren. Also Positionierung. Positionierung und dann SEO kommt dann automatisch, bin ich der Meinung. Also wenn man dann eine Marke etabliert hat und darum was aufbaut, was Leute interessiert, dann kommt das SEO ganz automatisch. Also ja, kann man immer noch vielleicht noch mal Sachen im SEO optimieren. Das ist... Aber das sind jetzt so Kleinigkeiten. Also wichtig ist On-Page-SEO. Und die Backlinks kommen dann automatisch. Also die Verlinkung auf die Seite sozusagen. Ja, genau. Ja, okay. Wenn wir zweimal so ein bisschen unsere Glaskugel rausholen und mal gucken, wie wird sich das in der Zukunft weiterentwickeln. Kannst du so eine Prognose so für dich mal abgeben, was die Unternehmen so in Sachen Digitalisierung, digitaler Kommunikation, Veränderung der Kommunikation in der Zielgruppe, was die Unternehmen dort erwarten könnte? Ich will gerade ein Beispiel. Ich glaube, dass die Kommunikation persönlicher wird. Einfach dadurch, dass diese Barriere durch die Digitalisierung, insbesondere beispielsweise über Facebook, ja nicht mehr da ist. Und Unternehmen können sich das einfach gar nicht leisten, da nicht mitzugehen mit der ganzen Sache. Beispielsweise Deutsche Post. Das ist so ein Negativbeispiel, finde ich. Die fahren auf der einen Seite eine Strategie, insbesondere mit gering bezahlten Arbeitskräften, die beispielsweise die Pakete nicht ausstellen. Da gibt es ja tausende Beispiele davon, wo das Pakete nicht ankommen. Obwohl die Leute da sind, die Pakete nicht geklingelt wird, beispielsweise, oder die Pakete ausgeliefert werden, sondern einfach weggebracht werden zur Post. Und da gibt es ja tausende Beispiele, dass Kunden da sehr unzufrieden sind. Und die Deutsche Post geht einfach gar nicht darauf ein. Und das ist dann sowas, wo ich sage, okay, in Zukunft werden die Kunden, wenn jetzt ein Wettbewerber kommt, der eine bessere Alternative anbietet, dann gehen die weg. Und das ist halt ein Riesending, womit sich Unternehmen beschäftigen. Und das ist ja, im Bereich Positionierung ist ja so, dass du, das Wichtigste für Unternehmen ist ja, wenn die Kunden im Kopf, diese interne, die haben ja ein internes Ranking, wo jetzt das Unternehmen steht. Und früher war es ja so, da wurdest du halt einfach nur mit Werbung zugeballert und dann warst du dann automatisch auf Platz 1. Und heutzutage ist es halt nicht so. Wie du ja auch weißt, ist ja, die Marke ist ja ein Versprechen geben. Und wenn du dieses Versprechen nicht einlösen kannst und jemand anders kommt dann an und sagt, okay, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen teurer oder vielleicht ein bisschen günstiger und wir haben noch das und das und wir liefern aber auch wirklich zu und wir haben, und die kundenfreundlichsten Zulieferer, was ja natürlich auch eine coole Positionierung dann ist, dann gehen die weg. Die sind jetzt die Leute, also in Deutschland, beim Beispiel Post, die sind jetzt noch dort, weil die, weil das, weil es in den Köpfen der Leute drin ist, weil es so gewachsen ist, Deutsche Post, das war die Institution und so weiter und so fort. Oder DHL meine ich jetzt hier. Und das ändert sich oder es wird sich ändern und da müssen Unternehmen unbedingt drauf reagieren. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt beantwortet hat, fällt mir gerade ein. Absolut, weil wenn man das, wenn man das im amerikanischen Markt mal beobachtet, Keyword Disruption, das ist ja eigentlich unglaublich, dass einfach mal so ein, an einem Wochenende ein paar junge Leute eine Branche hacken und ein Startup hochziehen und absolut lehnen, dass das Ding in den Markt tragen und ich glaube eben auch, dass es eine große Gefahr ist, diese, ich nenne es mal böse, diese deutsche Gemütlichkeit an den Tag zu legen und zu glauben, dass nur, nur weil ich die Deutsche Post bin oder auch ein anderes Unternehmen muss ich mich nicht fortbewegen. Ich glaube aber auch, dass es teilweise an Experten fehlt, also an Leuten, die auch von außen helfen, drauf zu schauen und zu sagen, Leute, das ist euer Kernbusiness in den letzten 50 Jahren gewesen und die Ideen auch mitbringen, wie lässt sich das digital skalieren. Ja, ich glaube, dass diese Ideen nicht aus den Unternehmen selbst kommen. Ja, das ist ein guter Punkt und ein Freund von mir, der hat ein Unternehmen gegründet, das schnellstwachsende E-Commerce-Unternehmen in Deutschland und die haben jetzt irgendwie in vier Jahren 170 Mitarbeiter aufgebaut, 35 Millionen Jahresumsatz und so weiter und so fort und mit dem habe ich mich letztens getroffen und mit ihm unterhalten und da ging es darum, der will jetzt einen gewissen Bereich aufbauen und da habe ich zu ihm gesagt, okay, gibt es geniale Leute, die dir da helfen können und dann ging es dann irgendwie darum, dass er gesagt hat, ja, ich würde die gerne einstellen, dass sie bei mir arbeiten. Da habe ich gesagt, das wird, wenn du wirklich gute Leute haben willst, wird das nichts, weil das die meisten, also wie gesagt, das externe Hilfe reinholen, die meisten wollen halt, die haben ihr eigenes Unternehmen oder sind Freelancer und wollen auch Freelancer bleiben oder und die wollen dann nicht irgendwo angestellt sein, also die ich kenne, sagen wir es mal so und die haben diesen Freiheitsgedanken und das ist das, was du gesagt hast, diesen Köpfen, diese Denkweise, diese alte Denkweise drin, dass man sich halt Leute reinholt, die dann da arbeiten und nicht über den Tellerrand hinausschauen, dass es halt wirklich Experten da draußen gibt, die man sich rein, ins Boot reinholen kann, die dann die Strategie ändern oder Tipps geben und so weiter und so fort. Ja, sehr schönes Thema. Vor allen Dingen als Unternehmen dann auch interessant zu sein für solche Experten. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, wenn ich mir überlege, digitale Nomaden, die mit ihrem Know-how in Thailand arbeiten wollen und keinen Bock haben, in irgendeinem Büro in Berlin, Hamburg oder München zu sitzen. Und da kommen wir wieder zum Punkt Werte zurück. Ja, genau. Wenn du das nämlich als Unternehmen schaffst, deine Werte mit den Werten deiner Mitarbeiter in Einklang zu bringen oder umgedreht, die Werte der Mitarbeiter mit dem Unternehmen in Einklang zu bringen, dann wird das nicht geben. Dann wirst du Leute haben, die da gerne arbeiten, die auch gerne zur Arbeit kommen und die das Unternehmen auch weitertragen. Und das Problem ist, das checken einfach viel zu wenig. Also ich weiß nicht, da gibt es eine HR-Abteilung, die dann hier nach irgendwelchen Prinzipien oder Richtlinien dann auswählt und das ist voll altbacken und funktioniert vielleicht jetzt noch und in Zukunft nicht mehr. Also die Leute, ein Freund von mir, das ist das beste Beispiel, ein Freund von mir ist Anwalt, ein sehr, sehr guter Datenschutzanwalt und der musste sich um einen Mitarbeiter, er musste sich sozusagen verkaufen, damit der Mitarbeiter bei ihm arbeitet. Und der Mitarbeiter ist direkt von der Uni gekommen. Also das ist jetzt nicht irgendwas, wo jetzt irgendwie der jahrelang schon tätig war oder sowas, sondern der ist also mehr oder weniger direkt von der Uni gekommen, also ein Berufseinsteiger. Und er hat sich darum beworben, dass er bei ihm arbeitet und er hat dann halt auch seine Werte verkauft und schaut, dass die Werte mit dem Kandidaten und ihm dann übereinstimmen und so weiter und so fort. Und das wird in Zukunft immer mehr werden. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Unternehmen da einfach attraktiver werden. Ich meine, wir haben den Fachkräftemangel ja schon. Und wie du richtig sagst, da bin ich völlig bei dir, jeden einstellen zu können, wird nicht funktionieren. Ich habe nicht immer als Unternehmen die Premium-Lage, ob im Outback oder irgendwie eine super Innenstadt-Penthouse-Wohnung oder, ne, sondern im Industriegebiet und die Leute dahin zu bewegen wird wahrscheinlich oder ganz sicher in Zukunft immer schwieriger werden. Das glaube ich auch. Gunnar, ich habe immer in meinem Podcast das Thema Entscheidung. Ich finde es immer super spannend, herauszufinden, wie trifft ein Unternehmer Entscheidungen. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es da so ein, ich weiß nicht, ob es ein Ritual ist oder ein Prozess ist, wie du dich entscheidest oder wie du zu einer Entscheidung kommst? Kannst du mir ein Beispiel dazu nennen? Du willst dich zum Beispiel für ein neues Business entscheiden oder für eine neue Strategie entscheiden. Weckst du das ab? Also ganz Ratio oder ganz emotional oder eine Kombination aus beiden? Oder es gibt ja Leute, die machen Plus-Minus-Listen oder sowas. Also gibt es da irgendwie bei dir so einen Hack, wo du sagst, wenn ich eine Entscheidung treffe, ob jetzt privat oder geschäftlich, dann habe ich da meine Vorgehensweise. Lass das noch einen Tag liegen oder schlafe eine Nacht drüber oder sowas? Also ja, das ist eine rationale und emotionale Entscheidung und natürlich eine Nacht drüber schlafen. Also es kommt immer darauf an, was das für eine Entscheidung ist. Das kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen. Also wenn es in Bezug zum Business ist, kommt es natürlich darauf an, also was ich schon gesagt habe, ob es mit meinen Werten übereinstimmt. Das ist ganz klar. Also wenn das nicht mit meinen Werten übereinstimmt, dann mache ich es nicht. Dann natürlich rational und dann natürlich die finale Entscheidung ist mein Bauch. Sehr gut. Und da höre ich halt drauf. Also wenn jetzt alles stimmt und mein Gefühl sagt mir letztlich dann so, nee, irgendwas ist ja nicht richtig, dann lasse ich es. Das ist einfach Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, dass es die richtige Entscheidung ist, dann aufs Gefühl zu hören. Gibt es so drei oder gern mehr, gibt es so drei Gemeinsamkeiten, die die Unternehmer, die du interviewt hast in deinem Podcast, alle gemeinsam haben und damit Erfolg verbinden? Also alle haben das Thema Freiheit. Also alle wollen ihr eigenes Ding machen letztlich. Die Gemeinsamkeit ist, dass alle sich entschieden haben, sich ein Umfeld zu generieren auch noch, dass das ihnen weiterhilft. Also du bist ja der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Also hat ja so schön Jim Rohn gesagt. Und ja genau, das und dranbleiben. Also das sind alles Dranbleiber und Umsetzer irgendwie das Gefühl. Also wenn du, sagen wir mal so, mit den Unternehmen, mit denen ich mich umgebe, wenn du da mal was fallen lässt, ein Thema oder ein Tipp oder sowas, dann bin ich mir schon sicher, dass das in ein paar Tagen das umgesetzt ist. Also wenn nicht sogar noch am gleichen Tag. Also die sind so schnell in den Sachen umsetzen. Zum Beispiel habe ich mit dem Christian Bischof gesprochen und habe ihn halt erzählt oder so beraten im Bereich Podcasten. Und habe ihm gesagt, dass er das unbedingt machen soll. Habe ihm Tipps gegeben, was er machen soll und so weiter und so fort. Und eine Woche später war der Podcast live. Und der war ja mehrere Wochen auf Platz eins. Also das und genauso mit Dirk Kreuter war ja genau das Gleiche. Also die sind halt super schnell in der Umsetzung. Und das ist das Speed of Implementation. Das ist das Genialste überhaupt. Und das machen wahrscheinlich 90 Prozent von den Menschen, die ich interviewt habe. Also die sind mega schnell in der Umsetzung. Macher, ja. Sehr cool. Den ich auch immer wieder im Kopf habe, dieses, wenn man die Menschen einfach mal so in zwei Gruppen einteilt, dann gibt es einmal die Bewerter und einmal die Verwerter. Und das, was du gerade gesagt hast, das, was im Grunde erfolgreiche Menschen ausmacht, ist im Grunde dieses Verwerten. Eine Idee aufnehmen, selbst wenn sie jetzt nämlich nicht zu 100 Prozent trifft, dann wird sie verwertet, dann wird sie verformt, solange bis es Sinn macht und bis es implementierbar ist oder vielleicht für jemanden anderen passt. Dann dieses Netzwerken. Hey, hast du gehört? Wäre doch was für dich oder so. Genau. Das machen, ach genau, das ist mir auch noch aufgefallen. Das ist wahrscheinlich Punkt vier, dass alle erfolgreichen Unternehmer, die ich kenne, helfen gerne. Also die empfehlen gerne, die helfen gerne, also die unterstützen sich. Oder wenn ich zu denen hingehe und sage die das und das und das und dann unterstützen die mich. Wenn die zu mir kommen, dann unterstütze ich die auch. Also das ist automatisch. Das ist wie so ein, in Anführungszeichen, Helfer-Syndrom. Und also die, auch wenn du jetzt, auch wenn die nichts davon bekommen oder wenn ich jetzt nichts davon bekomme, mache ich das gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich darüber nachdenke, okay, was kriege ich da jetzt raus, sondern das ist etwas, wo ich sage, okay, das ist etwas Cooles und das will ich unterstützen und ich helfe dieser Person gerne, weil es einfach, weil es mir Spaß macht. Und weil ich dadurch wieder einen Stein ins Rollen bringe, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das denken halt die meisten, mit denen ich mich umgebe oder alle, denken so. Ja, ich denke, dass das auch ein ganz besonderes Mindset ist. Also das, wie soll ich sagen, es gibt ja diesen schönen Spruch, nur die Hand, die gibt, kann auch etwas empfangen. Also das ist im Grunde erst mal diese, ja, wie du sagst, die erst mal diese Hilfe anbieten. Ja, finde ich super. Gibt es ein Projekt, für das du im Moment total brennst? Also gibt es so ein Passion Project, wo du sagst, hey, darauf habe ich gerade total Bock? Eigenes oder freundlich? Fremde. Sowohl als auch. Eigene Projekte, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, dass du wahrscheinlich auch tausende Ideen hast. Und ja, also eine Sache, die ich gerade mache, ist, also im Bereich des Unlearning Podcasts, also ging es halt immer darum, oder ich habe viele Nachrichten erhalten, dass Menschen einfach das cool finden und gerne irgendwie so eine Anleitung haben wollen, wie die halt die Sachen umsetzen können und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das auf die Beine zu stellen. Das wird so ein Produkt werden. Da spreche ich halt darüber über diese, über Werte und so weiter und so fort. Also wie man, weil das, wie man Ziele setzt. Und dann das Ding ist, was ich festgestellt habe, auch aus meiner eigenen Erfahrung, früher habe ich mir einfach ein Ziel gesetzt, beispielsweise ein smartes Ziel und dann teilweise nicht erreicht. Und der Grund ist ganz einfach, weil das halt unter anderem nicht mit meinen Werten übereinstimmt hat, mit der Leidenschaft und mit vielen, vielen anderen Stellschrauben. Und da mache ich gerade das, das ist ein Projekt, einen Kurs mache ich da jetzt gerade, sagen wir es mal so. Und das sind über, über 100 Videos da drin. und einfach das möchtest du irgendwie der Community zur Verfügung stellen und dass die, dass einfach Menschen dann sozusagen sich ihre eigene Roadmap fürs nächste Jahr erstellen können, um ihre Ziele zu verfolgen. Ob sie jetzt angestellt sind, ob sie Unternehmer sind etc. Das ist halt das, alles was wichtig ist, meiner Meinung nach, um wirklich das Momentum, den Fokus und die Energie aufzubauen, die man braucht, um wirklich die Ziele zu erreichen, die man erreichen möchte. Und das ist halt auch ein cooles Selbstreflektionstool, also nenne ich das Ganze mal. Das hat auch noch keinen Namen, also ich nenne es bis jetzt Lebensplaner. Und es macht halt mega viel Spaß. Und das ist ein Projekt, so ein Passion Project, was einfach aus dem Podcast gewachsen ist. Und ja, das will ich vorantreiben und es wird auch auf jeden Fall noch demnächst passieren. Und das andere, was ich habe, ist, was wir ja schon indirekt angesprochen haben, dass es halt wichtig ist für Leute oder für Menschen da draußen oder für Unternehmen da draußen eine Marke aufzubauen beziehungsweise auch eine gute Positionierung zu haben. Und das ist unter anderem auch durch Podcasten. Und da bin ich gerade dran, das für Unternehmer irgendwie attraktiv zu machen. Das jetzt, weil ja der Flaschenhals für Unternehmer ist ja meistens Zeit. und da soll es in Zukunft so eine Art Unternehmen geben, dass wir es für Unternehmer abnehmen. Also wir sind noch zwei weitere Leute und das einfach um Reichweite Positionierung für Unternehmer dann zu erschaffen. Und das ist ein cooles Projekt. Das macht mir Spaß. Sehr cool. Das sind so zwei Sachen, die jetzt aktuell mir einfallen. Wann geht das dann start? Weißt du schon was? Welches? Das erste wahrscheinlich in den nächsten Monaten? Also das mit dem, der Lebens, also den letzten letzten Mal der Kurs, genau. Der Kurs wird in den nächsten, also in den nächsten paar Wochen. Also wie gesagt, die Videos sind fertig, die sind fertig gedreht, alles schon. Die Inhalte sind fertig, das ist alles fertig, das ist alles fertig, das brauchst du jetzt nur noch sozusagen in eine Form gießen und dann ist das fertig. Und ich möchte einfach das für so viele mögliche Leute natürlich das auch kennen, weil genau das die Sachen sind, die ich selber gemacht habe und die mir weitergeholfen haben und mir geholfen haben in meinem Leben und auch gut geholfen haben und anderen natürlich auch schon, mit denen ich diesen Prozess durchgegangen bin. Und da geht es halt wirklich darum, auch Werte, also es gibt sehr intensiv Werte herausfinden für die einzelnen Personen und das kann man für jeden Mitarbeiter auch nutzen oder jeder, der selbstständig ist, der sollte das meiner Meinung nach erstmal rausfinden für sich, weil viele kennen ihre Werte nicht und wenn man seine Werte kennt beispielsweise, dann ist es irgendwie, vor allem ist so eine Leichtigkeit da. Es ist eine Leichtigkeit da, man kann dann Entscheidungen einfacher treffen, insbesondere wenn jetzt als Unternehmer, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach die, dass ich werde immer mit Entscheidungen, wie schon gesagt, das Entscheidungen treffen und dann, wie treffe ich jetzt Entscheidungen und dann, wenn du halt deine Werte kennst, kannst du gemäß deiner Werte einfacher die Entscheidung treffen und dann sagst du, okay, das passt jetzt nicht so zu meinen Werten, das lasse ich jetzt lieber einfach mal oder schiebe das weg oder packe es in meinen Projektordner oder wie auch immer und das ist, also was ich schon gesagt habe, Zeit ist halt der Faktor, den wir alle haben, der für alle wichtig ist und dadurch kannst du das halt extrem reduzieren. Ja, vor allen Dingen hat das ja Einfluss auf alles im Unternehmen, also wenn du, wenn du nicht richtig positioniert bist, wenn du keinen Zielgruppen-Avatar hast und nicht weißt, wie deine Zielgruppe aussieht, dann wird sich genau das auswirken auf die Prozesse, die eben nicht agil sind, die nicht optimiert sind, also, genau, das Schöne ist, wenn du das einmal gemacht hast und dann musst du halt ein bisschen Energie reinpacken, aber wenn du das einmal gemacht hast, kannst du auch verschiedene Dinge im Kopf loslassen, weil du weißt, okay, damit spreche ich meine Zielgruppe nicht an, damit brauche ich mich nicht beschäftigen oder ich lasse es liegen, vielleicht ist das in einem Jahr relevant für mich. Genau. Das finde ich extrem wichtig und das ist für mich so das Fundament, das ist die Basis jeder Marke und was, da sind wir vielleicht auch gedanklich zusammen, was ich extrem wichtig finde, ich habe in den Jahren, in denen ich das jetzt auch schon mache, immer wieder festgestellt, man versucht Marke immer in ein Korsett zu zwängen und Weiterentwicklung kaum zu ermöglichen, um, und so sind wir einfach, und gerade in Deutschland, so sind wir einfach getickt, um das zu normen, also eine DIN zu erstellen für eine Marke, das CD-Manuel der Deutschen Bank sind Leitsordner, die sich kein Mensch durchliest, aber um einfach in der Führung es sich einfacher zu machen und zu sagen, lieber Mitarbeiter, hier ist dein Logo, das verwende es in den nächsten 50 Jahren, das wird sich nie wieder ändern, oder der Briefbogen oder die Website, das Layout und so weiter. Und ich glaube, was ein extrem wichtiger Punkt ist, ist auf diese Basis der Positionierung die Dimensionen der Marke zu definieren und dann darüber hinaus natürlich einen Brand zu bauen, der Entwicklungspotenzial ermöglicht, der Produktmarkenarchitekturen abbilden kann, also dass ich skalieren kann in der Zukunft. Ja, was ein gutes Beispiel für Unternehmen, die jetzt im Bereich digital unterwegs sind, ist Lidl. Und zwar die, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt raus ist, schon das Produkt, auf jeden Fall haben die, verfolgen jetzt eine neue Strategie, soweit ich weiß, dass die, die wollen jetzt europaweit ein Produkt ausrollen und wollen das über die sozialen Medien machen, insbesondere Instagram. Es gab ja diesen, gab ja Daniel, ich weiß nicht, ob das bei dem angelehnt ist, ich finde es halt genial, was Lidl da macht einfach, einfach so eine Vorreiterrolle einnehmen. Und es gab ja den Daniel Wellington, heißt er glaube ich, der hat ja eine Uhr erfunden und hat die ganze Uhr, oder designt, hat diese ganze Uhr nur über die sozialen Medien, insbesondere Instagram vertrieben und hat dann Millionen Unternehmen hochgezogen damit. Und das ist genial, als halt einfach ein Lifestyle, noch ein Lifestyle-Produkt oder Emotionen damit verkauft. Und ja, das ist einfach nur, was mir noch eingefallen hat, als du gerade das erzählt hattest, ja, mit den Lights auch. Ja, 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 total old school. Und ich glaube, wenn du aufmachst, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann verkaufe ich eine Uhr über Instagram. Ja. Und das ist aber so unvorstellbar für viele, sag ich mal, alteingesessenen Unternehmen. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es auch super alteingesessene Unternehmen, die wirklich coole Strategien haben und die sich bewegen, die nach Amerika fahren und schauen, wie wird es da gemacht und dergleichen. Aber ich glaube, genau das, was du sagst, also diese Skalierbarkeit, diese Flexibilität im Kopf. Ja, flexibel, das ist das Stichwort schlechthin. An die Umstände anpassen. Es gab ja, es gab ja, Stichwort schlechthin, flexibel, es gab ja vor Amazon, gab es ja auch, ich glaube, Borders war das, der Buchladen. Ich weiß nicht, ob das Borders war. Die haben sich ja immer gegen die Digitalisierung geweigert. Und dann kam Amazon, die haben halt alles digital abgebildet und so weiter, sind super schnell gewachsen und Borders ist pleite gegangen, weil die sich dagegen geweigert haben. Die haben gesagt, nein, wir behalten unser altes System bei und so weiter und so fort. Und dann waren die weg. Und Amazon ist der größte Marktplatz schlechthin. Das ist ja auch meine Meinung. Ich hatte ja mal einen Artikel darüber geschrieben, dass analoge Marken sterben werden. Und damit meine ich, die Marken, die sich mit der Digitalisierung nicht beschäftigen. und das ist, hat ja auch Oliver Samba, glaube ich, in Paris vor ein paar Jahren auch mal erzählt, dass das, genau was du gesagt hast, was du sagst auch, digital ist ein Muss. Ja, genau. Bevor es emotional wird, Gunnar, Welchen Rat würdest du Unternehmenslenkern mit auf den Weg geben, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen oder auch nicht beschäftigen? Was ist so dein Rat an die Unternehmer da draußen? Unternehmer, die sich damit beschäftigen wollen? Also wie gesagt, hier kommt es wieder darauf an, bin ich der Meinung. Also wenn du jetzt Unternehmen hast, die sich damit beschäftigen wollen, wäre es ganz sinnvoll, sich mal externe Hilfe reinzuholen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Sich mal Leute reinholen, die Experten sind in dem Bereich, sich mal beraten lassen und Strategien werfen und diese mal verfolgen. Und natürlich auch diese Flexibilität beibehalten, was wir schon angesprochen haben. Denn das ändert sich so schnell im digitalen Bereich insbesondere, dass irgendwelche Anpassungen passieren und wieder eine neue App draußen ist oder sowas. Das heißt nicht, dass jeder darauf aufspringen soll, zumindest bin ich der Meinung, dass jeder sich damit mal beschäftigen sollte, um das mal kennenzulernen. Also dieses Open Mind zu behalten und das ist mein Tipp und der andere Tipp ist halt, Experten ins Haus holen, wenn man nicht selber Experten hat. Alles andere ist, glaube ich, Zeitverschwendung. Was empfehlen wir den Unternehmen, die sich damit nicht beschäftigen wollen? Ja, nichts beschäftigen wollen, keine Ahnung. Irgendwann werden die das auch merken. Das machen ja große Unternehmen, gehen ja auch ganz stark in den digitalen Bereich. Große Trainer, die ich kenne, die wollen, also beispielsweise Dirk Kreuter hat sehr, sehr viel offline gemacht und wird jetzt viel, viel mehr online machen. Also der füllt Hallen mit Tausenden von Menschen und dieser Trend ist da und ich meine, Deutschland ist, wie schon gesagt, das langsamer in gewissen Bereichen, was auf der einen Seite gut ist und auf der anderen Seite ist halt auch, was ich gesagt habe, Speed of Implementation. Das ist das. Und du wirst halt die Leute, die Unternehmen, die sich damit beschäftigen und zumindest offen sind für solche Sachen, werden einen Wettbewerbsvorteil in der Zukunft haben. Ganz einfach. Ich meine, wir sind bekannt, vielleicht nicht die First Mover zu sein, die Pioniere, aber wir sind halt auch dafür bekannt, dass wir dann am Ende gern aufholen und überholen. Das ist mein Aufschluss. Ja gut, First Mover, obwohl in vielen Bereichen waren wir First Mover, haben einfach das nicht gecheckt, siehe MP3 und dann ist es halt von anderen vermarktet worden. Genau. Wenn du es nicht machst, macht es jemand anders und der macht es gut. Genau. Das eine noch zur Positionierung und nämlich der Erste, die Ersten, die es rausbringen, haben auch sozusagen den ersten Rang in den Köpfen der Kunden. Das heißt also, wenn jetzt Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen, die sollen sich einfach nur bewusst dessen sein, dass die Leute, die als erstes mit irgendwas draußen sind, beispielsweise irgendein KMU, das als erstes digitale Medien nutzt und auch sinnvoll nutzt, das wird in den Köpfen der Kunden hängen bleiben. Und alle anderen, auch wenn die vielleicht jetzt noch besser sind, wird in Zukunft, werden es schwieriger haben. Also, hochmotiviert, Vollgas in die Digitalisierung. Ja, genau. So sieht es aus. Gunnar, in meinen Interviews mache ich immer so eine kleine Quick Q&A Session, in der wir schnelle Fragen, schnelle Antworten, ganz spontan, ausbauen aus. Bist du ready? Ja, okay. Was hat dich anfangs davon abgehalten, Unternehmer zu werden? Selbstbewusstsein. Fehlen das Selbstbewusstsein. Welcher Moment oder Rat hat einen besonderen Einfluss auf dein heutiges Leben? Welcher Moment? das Treffen in so eine Fernsehshow, das ist, das in Kolumbien, das hat einen sehr, großen Einfluss, also insbesondere auf mein Unternehmerleben, sagen wir es mal so. Also, Paul. Paul war es, genau. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, was du selbst einsetzt? Ja, Active Campaign. Also für E-Mail-Marketing. Sehr cooles Tool. Sehr cool. Wenn du auf dein Homescreen, auf deinem Smartphone guckst, was sind so die drei wichtigsten Apps? Mein Kalender. Also, der Kalender, ganz kurz nochmal ausholen, dass ich bin, war ein Freund von To-Do-Listen und ich bin kein Freund geblieben, einfach weil 41 Prozent der Sachen, die auf To-Do-Listen stehen, einfach nicht abgeschlossen werden. Das führt einfach nur zu Stress und gegebenenfalls auch Schlaflosigkeiten. Deswegen bin ich ein Freund von Kalender. Ich plane halt einfach meine Aufgaben in den Kalender rein und dann kann ich das cooler abarbeiten. Das andere, was ich noch drauf habe, ist schon mal kurz. Das ist aber auch ein cooler Hack. Also, keine To-Do-Liste, sondern du planst die Aufgabe an dem Tag mit der Zeitspanne, wo du sagst, hier, dafür brauche ich eine Stunde, weil ich plane ja. Ich glaube, das ist grundsätzlich genial für Unternehmer, einfach mal den Tag in Zeiteinheiten zu unterteilen und diese Zeiteinheiten dann zu planen und das ist das, was du durch den Kalender halt machen kannst und das ist genial. Ansonsten, was nutze ich noch? Ich nutze, das ist jetzt, das ist jetzt die App, die ich nutze, das Instagram, gerade momentan ganz stark, einfach, weil ich darüber festgestellt habe, erstens, das nutzen wenige in Deutschland, bei denen ist das nicht so auf dem Schirm, das war wie mit mir in einem Podcast und darüber finde ich auch Mitarbeiter, witzigerweise und habe ich sogar schon, habe ich sogar schon und Kooperationspartner finde ich darüber auch. Also, das ist halt ein sehr gutes, cooles Tool, um Reichweite zu generieren. Das ist ein Tipp, den ich jetzt gerne rausgebe und die dritte ist Blinkist, also das nutze ich auch, mal Werbung für Blinkist zu machen. Sehr cool. Das sind so drei Sachen, die ich nutze, also ansonsten, alles andere irgendwie brauche ich erstmal nicht. Ja. Ich finde es immer super spannend, auch zu hören, was für Musik derjenige hört. Gibt es so einen Titel bei dir, wo du sagst, da chill ich oder da entspanne ich oder da geht es bei mir richtig ab? Ja, ich liebe lateinamerikanische Musik, da gibt es jetzt keinen speziellen Titel, kann ich ehrlich sagen. Es kommt darauf an, weil es einfach diese Musik, ich glaube, also, wenn du diese Richtung magst, dann wirst du es verstehen, die liefert halt so eine super Energie und eine Lebensfreude und die, ja, beeinflusst mich halt extrem auch in meinen Entscheidungen beziehungsweise nicht in Entscheidungen, aber das ist also, wie ich an die Arbeiten rangehe, sagen wir es mal so. Gibt keinen speziellen Titel. Obwohl, von Marc Anthony, Bibir La Vida, das ist ganz, ganz cool. Das ist für mich. Okay. Cool. Verlinken wir in die Journals und sind dann gedanklich bei dir. Sehr gut. Und ich glaube, und das weißt du ganz sicher, in jedem Podcast wird nach dem Buch gefragt, was man so empfiehlt. Also, auch an dich die Frage, die obligatorische, gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst, was dich, oder was einen großen Einfluss so auf dein Leben hatte und wie heißt das Buch und worum geht es da? Ja, es gibt Gespräche mit Gott, Neil, Donald Walsh, wenn sich jemand draußen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und sich das noch nicht gelesen hat, dann warten, bis man bereit ist. Also, ich glaube, ich bin der Meinung, die Bücher kommen zu dir, wenn du die lesen sollst. Das ist meine Meinung und das Buch ist genial. Letztlich geht es darum, dass er sich mal hingesetzt hatte und so Fragen aufgeschrieben hat, die wir uns alle stellen. Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe hier im Leben oder auf dieser Erde und der hat auch Fragen gestellt, warum klappt das bei mir nicht und bei anderen klappt das und sowas alles und das sind so interessante Ansichten und er hat das aufgeschrieben und auf einmal, also so beschreibt er das, hat er von ganz alleine die Antworten aufgeschrieben, ohne dass er das bewusst gemacht hat und diese Antworten geht es ums Leben und er stellt halt Fragen, die alle interessieren, also Finanzen, Beziehungen und so weiter und so fort und die beantwortet dann in Anführungszeichen Gott und das sehr, sehr interessant und hat viele Erkenntnisse für mich geliefert und auch eine Sichtweise, Veränderung der Sichtweise hat dazu geführt, dass ich eine Veränderung der Sichtweise auf verschiedene Dinge auch habe und ein sehr geniales Buch auf jeden Fall. Sehr schöner Tipp. Ja, kann ich auch empfehlen. Gunnar, wir sind fast am Ende. Kannst du uns am Schluss noch im Hinblick auf das digitale Zeitalter noch einen Tipp mit auf den Weg geben und wie wir dich am besten erreichen können? Einen Tipp? Ja, also ich würde für Unternehmer mich grundsätzlich den neuen Trends offen gegenüber zeigen und das auch mal austesten. Es gibt beispielsweise hier die App Anchor, nennt die sich. Das ist eine Audio-App, die an Twitter angebunden ist. Man kann dann halt Audionachrichten über Twitter veröffentlichen, was ja auch für viele Unternehmer interessant ist, Twitter. Also das hat man noch gar nicht angesprochen beziehungsweise du hattest es angesprochen, ich nicht. Das ist... Und Anchor ist ein super Tipp. Aber jetzt weiß ich, dass du da auch bist. Ich nutze es jetzt nicht so oft. Ich teste viele Sachen aus und die, die ich für gut befinde, insbesondere jetzt Instagram, einfach weil das ein geniales Tool, auch um, wie gesagt, Mitarbeiter zu finden, hungrige Mitarbeiter zu finden, die auch sich mit digitalen Medien super auskennen und, also das ist mein Geheimtipp und, ja, und wie du mich erreichen kannst, ist gunnarschuster.com. Das ist meine Webseite, da kannst du mit mir in Kontakt treten und, ja, oder über Facebook oder du suchst meinen Podcast in iTunes, Unlearning Podcast. Unbedingt. Der wird natürlich auch verlinkt, ganz klarer Fall. Genau, also über die drei Sachen findest du mich, kannst du immer erreichen, ich werde auch immer antworten und ich hoffe natürlich, dass sich auch viele melden, einfach, ich bin immer interessiert, neue, interessante Menschen kennenzulernen, mit denen man sich, oder mit denen ich mich austauschen kann und umgedreht, vielleicht ergeben sich Freundschaft und Kooperation, was ich hier auch schon gesagt habe am Anfang. Das ist halt, das ist so genial, was für geniale Menschen da draußen rumrennen und was sie für Ideen haben und, ja, das ist Wahnsinn. Egal, was das ist, das ist einfach, ich bin auch der Meinung, du kannst ja von jedem was lernen. Unbedingt, ja, aber man muss nur offen sein. Man muss einfach nur aufmachen. Genau. Ganz klar, absolut. Gunnar, sehr schön, hat mir super, super, super viel Spaß gemacht und vielen Dank für deine Zeit vor allem. Ich weiß, du bist auch schwer beschäftigt. Ja, danke dir. und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, das sowieso. Stimmt. Raus aus der digitalen Welt, reine die Annoge. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und auch sehen dann. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.